Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Ich bin ein Berliner. OneFootball hat sich mittlerweile als einer der führenden Anbieter für Fußballinformationen nicht nur in Europa, sondern auch weltweit entwickelt. Unser Ziel ist es, weltweit die führende Plattform im Fußballbereich zu werden. Berlin hat sich als kreatives Zentrum in Europa entwickelt, was dazu führt, dass wir als Unternehmen diesen Schwung mitnehmen. Wir sind im Zentrum Europas, wir sind im Zentrum des Fußballs. Wir haben die besten Mitarbeiter, um dieses Ziel zu erreichen. Berlin hat ausgezeichnete Voraussetzungen, Gründerhauptstadt zu werden, vielleicht sogar von Europa. Es gibt diesen englischen Satz, Diversity drives innovation. Und wir haben hier in Berlin exzellente Voraussetzungen. Aufgeschlossene junge Leute aus ganz Europa, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Hallo Berlin! Hallo Berlin! Hallo Berlin! Hallo Berlin! Vielen Dank.